Nein, ich habe doch verbrannt da vorgeschlagen. Ja, das kann ich auch machen. Töte mich, komm. Ich habe ihn doch schon ganz am Anfang vorgeschlagen. Ja, super. Ich habe auch auf ihn geschossen, du Hund. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von der Lieben. Was ist denn Sarah? Ich muss meinen Namen hier selbst sagen. Ich hasse sowas. Heute spielen wir Trouble in Terrorist Town. Ich bin Inno. Ich bin auch Inno. Du hast es gerade gesagt, du bist Traitor. Ja, ich bin Traitor. Sorry. Alter. So Leute, wir müssen das jetzt alles klären. Warte, spielen wir ohne Tester, weil bei so wenig Leuten ist es langweilig mit Tester. Jurena geht jetzt in den Tester. Green Tester. Jurena, ich sehe jetzt, dass du einmal innocent von hinten buchstabierst. Okay, warte, wo ist der Chat? Sekunde. Hä? Das sieht dumm. Soll ich das laut sagen. Können wir mal Jurena umreden? T-N-E-C-O-N-N-I. Hallo, ich bin... Oh. Hä? Sag doch. Sarah, das ist jetzt aber schon ein bisschen offensichtlich gewesen. Nein, ich bin echt innocent. Sie hat das so. Junge. Die ist Traitor, Leute. Ja. Die ist Traitor? Ja, tötet mich bitte. Mach mal. Hallo, außerdem war es ja wohl absolut berechtigt. So lange, wie sie gebraucht hat, du... Ja, warte, ich muss das erst mal aufschreiben. Ja, dann kann das doch jeder. Ja, ist er Robto? Huch. Nee. Also ich tendiere eher zu er Robto, dass er Traitor ist. Wäre gerade so aus Spaß. Ach du, Mann! Screen, komm, Screen. Hoodie, komm, Screen. Hey, Junge. Hilf, hilf. Hallo? Nehmt doch jemand? Dana! Hälf mir doch! Ach, jetzt, komm, jetzt. Ja, nehmen wir an. Ach, du bist... Zack. Oh, wow. Ja. Ja, wow. Alles klar. Warum kann man keinen Traitor-Pass auswählen? Wieso habe ich keine Traitor-Pass? Weil das so private-Runden nicht geht. Wie dumm. Hä? Voll gut. Nein, das war kacke. Vor allem gut, dass mir auch keiner zugehört hat, dass ich meinte, dass Mark Traitor ist. Also, ich hasse solche Leute. Ich hasse solche Leute auch, die mir nicht zuhören, wenn ich glaube. Ich habe immer bei den YouTuber-TTT, ich schrei da rum und keiner juckt das, Alter. Und dann so, ich bin Börs-Rotraitor. Alles klar. So, Willkommen zur zweiten Runde. Moin, Leute, willkommen zu einer Runde-TTT, wenn wir dabei sind. Ach, neu? Genau. Alter, neu. Moin. Also, was ich anmerken will, weil ich darauf ganz stolz bin, dass ich, Sarah, diese Idee in den Kopf geworfen habe. Ja, schneide ich raus. Oh! Ich bin nur Ehre-Frau. Geh weg, Sarah! Scheiße! Mann, ich bin schon wieder... Oh, habe ich gerade jemanden gehauen? War ich das gerade oder nicht? Ja. Aua. Schon wieder, Tierte. Warte, du bist schon wieder. Ich glaube, Sarah ist gefährlich. Ohne Witz, ich bin gerade, auch wenn es jetzt sehr unglaubwünig klingt, mit meiner Maus gegen meine Tastatur gehauen und dann wurde geklickt. Hast du hier jetzt ein Screen gemacht? Sarah? Sarah? Ja. Wie steht ihr mal inno rückwärts? T-N-E-C-U-N-N-I... Das ist falsch. Ah, ja, das war richtig. Was sagst du jetzt, Yorena, hm? Oh, schlau, du hast mich... Wir haben das jetzt ja eigentlich auch nur aufgeschrieben. Yorena, bestell dir mal Traitor rückwärts? Ja, auch ganz. Lass mich kurz aufschreien. Wisst ihr, mich hätte nicht mal gewonnen, wenn sie jetzt angefangen hätte. Das wollte ich ja, aber schade. Ja, okay, Marc, ich vertraue dir jetzt, ja? Ja. Hä, warum vertraust du ihm jetzt? Er hat mir einen Schwerd gegeben. Oh, wow. Versucht euch hier an, ich auch vertrauen. Aua. Was hast du denn hier gemacht? Ich hab das Gefühl, dass er Brandtureter ist. Nein, Digga. Das hab ich auch schon überlegt. Da ist ja direkt auf Bless draufgegangen. Jetzt aber wo hast du nur so ne kurze... Ja, töten mich halt, Herr Brandt. Töten mich halt. Hallo, ich bin ein Detektiv. Bitte gehen Sie mal einen Schritt zurück. Äh, äh, Marc! Uha, Digga! Hä? Digga, das war mal übelknapp, Alter. Was? Kamst ins Wasser? Hat mich fast gekillt. Kamst ins Wasser? Oder was? Aua! Ja, Riccardo! Locker Riccardo! Da hat da uns auch schwarz jemanden hittet. Verbranntes! 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 Ich hab's doch gesagt! Ja, ich hab's doch auch gesagt! Der guckt Marc und ich sind safe und DNA ist noch irgendwer Detective Knight. Ja, ich hab ihn ja auch noch gesehen. Also. Ja, guck ich sag ja Riccardo. Okay. Was kannst du mir geben? Was kannst du mir geben? Na, ich vertrau dir nicht. Geh weg! Ich glaub Riccardo ist. Oder Blaze. Oh man Leute, ich will nicht bei denen alleine bleiben. Die sind gefährlich. Einer von denen ist Traitor. Oha! Was ist denn der jetzt Traitor? Leute! Ich hab den Traitor getötet. Leute, ihr seid nicht dumm. Hört doch mal zu. Ja, was denn? Blaze oder Riccardo. Aber die sind beide dumm. Also ich glaub, sie sind beide. Also ich tendiere... Sarah, du wüsstest. Nein, ich hab doch Verbrannt da vorgeschlagen. Ja, das kann ich auch machen. Töte mich, komm. Oh, ich hab ihn doch schon ganz am Anfang vorgeschlagen. Ja, super. Ich hab auch auf ihn geschossen, du Hund. Was ist denn das jetzt hier? Ich wette, Riccardo oder Blaze. Aber wir setzen mal auf Riccardo. Wer töte mich doch. Ich kann einfach beide killen. Ja, Verbrannt. Ich meinte gerade auch, ich soll ihn töten und Evertrator. Wer denn von den beiden? Ja, ich weiß auch nicht. Warum töten wir nicht einfach die, die sich aufhören? Wir können ja einfach beide. Hey, es müssen doch beide sein. Hey Leute, es müssen beide sein. Nein. Nein. Ah, ich hab... Hä? Doch, du musst doch sein. Ey, Sarah, das sind Minuspunkte. Pfff. Da muss... Da muss einer von euch sein. War Placed. Jurena, Jurena. Bei Marc hat die noch getötet. Ich sag, Sarah. 100%. Oh nein. Leute. Wie kann man nicht so ein Traitor sein? Nee, aber ich war voll unaufhängig, oder? Hä, ich hab Jurena halt echt geglaubt mit dem, dass sie auf den Traitor gegangen ist. Sie hat mir auch ihr Eisenschwende gegeben. Und vor allem, weil ich dachte so, hä, es müssen ja noch zwei Stück Traitor sein. Dann müssen das ja Riccardo und Blaze sein, Mann. Guck mal, ich schau dir. Ich bin schlau, Sarah. Alles klar. Moin, Leute. Moin. Konnichiwa. Okay, jetzt werde ich Traitor. Ich spüre es. Oh, du möchtest schon wieder Erinnerung. Ey. Das war mein. Ja, das war mein. Ja, es tut mir leid. Die Sonne wieder. Boah, das ist gut. Moin. Zehn. Sarah ist... Hä? Hä, warte, so hat die... ich krieg ne Kid, oder was? Er hat mich angriffen. Warte, ich dachte, er ist tot. Er hat keine Träden. Ja. Riccardo hat das doch sogar gesehen. Darf ich hier bitte? Oh mein Gott. Wo warst du denn? Was? Er hat mich angegriffen. Er hat mich angegriffen. Riccardo warst sogar dabei und hat es gesehen. Ja, Sarah ist auch so. Echt? Sarah ist? Ist Sarah wirklich? Hä? Nein, ich bin nicht. Sarah und Jorena, Sarah und Jorena, Sarah und Jorena. Hä, warum und? Weil ihr beide gemeinsam am rumchillen seid doch oben. Kann man sich irgendwie Heel kaufen, Leute. Und Riccardo auch, Riccardo auch. Fuck, ich hab mein Filz da schon. Ja, Marc, 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 Marc. Ja, ja. Hallo, kann man sich irgendwie Heel kaufen, Leute? Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Warum gibt's das nicht? Riccardo ist auch noch. Er hat das jetzt ein wenig safe. Hilfe. Jorena, du kannst ihm gerne mal helfen, also. Ja, bin doch dabei. Ich treffe aber nicht. Ich hab einen von einem Kugelfisch. Warte, komm, den kriegen wir. Aua. Sarah, chill. Oh mein Gott, ich dachte ich sterbe. Ich war One-Hit. Wow. Also Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung. Da schaut bei den Spasten vorbei, falls sie überhaupt die Feed machen. Tschüss. Hä? Oh ja, das ist auf jeden Fall ein chilliges Video, Alter. Tschüss. Das war's mit dem Video. Ich lege, ich lege zu den Spasten, allein von der Die Welt auf den Geist theaters zu spielen.